Vampire, die jedem Lebenden verderben und totbringen, um selbst eine neue Lebensform zu finden. Es ist klar, dass jedes intelligente Geschöpf auf diesem Planeten unser Feind ist. Barry Sullivan und Norma Bengel als Raumfahrer entdecken eine fantastische, aber auch unheimliche Planetenwelt. Eine Welt des Grauens. Planet der Vampire. Planet der Vampire.